Viele, viele interessante Leute hier. Wow, du siehst aus wie Jens Spahn. Wo kommt denn, was seid ihr nochmal für eine Gruppierung? Lebensmittelkontrolle. Hat euch mal einer gesagt, dass ihr nicht so wirklich nach gesunden Lebensmitteln aussieht, so ein bisschen? Was ich damit sagen will, ist, du siehst aus wie ein ungesunder Jens Spahn. Gehörst du zu dieser Gruppe? Ich bin hier Freund. Ich bin kein Lebensmittelkontrolle. Okay. Schlimmer. Schlimmer? Bist du Polizist? Habe ich recht? Wie ist es mit dem Polizisten, intim zu werden? Kommen diese Handschellen ins Spiel und so? Niemals. Ihr wisst was? Niemals heißt es. Er hat viel mehr gesunde Lebensmittel gegessen, als dass die keine Handschellen benutzt haben. Sie habenils nicht möglich. Kommen. Auch in das Nachrichten. eigne Robert. Kommentar. Punkt. Ich bin es! Vielen Dank.